Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Online. Ich bin der Kurze und bei mir ist wieder der Kalimdorz. Hallo, ich bin der Kalimdorz, ja. Und wir haben jetzt mysteriöserweise hier einen Rocket-Anhänger gesehen und haben ihn weggebattelt. Dadurch ist er verschwunden. Dann haben wir dieses mysteriöse Plakat-Hitterrund angeklickt und dann eine Treppe. Ist eine Treppe hier offen? Genau. Das ist das Team Rocket Hauptquartier. Wie man schon sieht, das geht über mehrere Ebenen mit Fahrstuhl und man muss sich hier vieles holen. Als erstes tricksen wir mal ein bisschen. Also hat das Team Rocket... Was trickst du denn? Ach, du gehst da vorbei. Ja, ich werde hier auf keinen Fall alle Gegner machen. Es sind einfach sauviele, die hier rumlaufen. Ein paar Gegner werde ich auf jeden Fall mitmachen. Allein zum Trainieren. Was für ein E-Til haben wir gerade bekommen? Ähm, ja, dass Team Rocket hier die Spiele-Arena besitzt oder da noch ihre Machenschaften mit hat, hätte natürlich keiner erwartet. Ja, die hocken hier heimlich, aber ich habe einen Gigasauger gekriegt. Das ist cool. Was macht der? Er zieht ihm ein bisschen Pflanzenattacke, bietet Gegner Energie ab und gibt sie dir. Achso. Aber als starke Attacke ist nicht schlecht. Okay. So, hier unten siehst du schon, da ist ja so eine Tür versperrt. Wir brauchen mal einen Türöffner und all sowas. Wir brauchen jetzt ganz viele E-Tips, um hier voran zu kommen. Wo ist denn eine Tür versperrt? Ja, 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 ja. Immer hinterher in den Keller. Warte, kalender, was machte? Wir sind doch auf unserem Packmann-Reisen immer zusammen als du, du kannst doch nicht alleine gehen. Ja, bei dem kommen wir nicht vorbei. Wo müssen wir hin? Doch, uhuhuhu, komm mal. Oh, du siehst es ja hier. Was machst du denn? Den unteren musst du mir das ziehen. Scheiße! Ja, das sind diese Rätsel, die ich meine. Die letzte Arena ist auch genau so aufgebaut. Das ist sehr verwirrend. Guckt genau zu, was für einen Weg wir nehmen. Ja, also Leute, das ist jetzt echt interessant. Sehr langsam auch gehen, vorsichtig. Ja, ein falscher Schritt und das war's. Höh, seid tot! Päm. Nee, das ruht ihr nicht. Okay, jetzt. Achso, jetzt, ach ja klar, rüber, nach hier, mitnehmen. Warte, nicht so schnell. Rüber gehen. Rüber, so. Das ist ja hier, also, natürlich ist das Team Rocket Geheimlabor hier. Das machen die natürlich alle, immer, wenn die nach hier gehen wollen. Machen die immer das Gleiche alle. Sie müssen so machen, aber das kommt ja nicht hin. So, jetzt kommt hier vorne noch ein E-Tab, das holen wir uns erst mal. Immer so vorne am Kotzen, alle. So, fuhh. Jetzt hab ich nicht gelesen, was das war, scheiße. Äh, super, äh, super, äh, Heilung gedürzt. Wo bist du jetzt? Hey, nicht so schlott. Ja, wir müssen einmal rumgehen danach. Das ist einfach nicht so schnell. Was ist denn hier passiert? Aber dann bin ich durch die Wand gebacken. Komisch, ganz komisch. Ich auch. So. So jetzt? Hä? Ich bin ja... Nach rechts? Warte, 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 ich weiß nicht, weil das, ich hab mich durchgebackt. Ah, Kinder. Du bist zu schnell, Kalimdus, ich weiß. Den oberen. Ja. Boah, das ist echt kompliziert, Leute. Ich glaub, das machen wir auch zu schnell für die Leute. Das ist doch viel komplizierter. Das ist viel komplizierter. Ah, da ist ein Fahrstuhl. Komm mit in den Fahrstuhl. Können wir noch nicht benutzen, leider. Wir brauchen erst einen Fahrstuhl-Intaktsetzer. Ja, hier funktioniert auch gar nichts, ne? Na, ich wollt mal grad gucken. Ach, wir haben hier noch einen Mondstein, haben wir grad noch bekommen. Cool. Das Problem ist, einer der Trainer hat jetzt hier den Türöffner, den wir brauchen. Das war ja den Liftöffner. Okay. Hat ein bisschen lecker gehabt. Dann müssen wir grad mal gucken, gegen welchen wir antreten müssen. Das ist so ein bisschen immer das Problem. Wo gehst du jetzt denn wieder hin? Raus wieder? Warum? Ja, jetzt müssen wir mal gucken, gegen welchen wir antreten müssen. Ja, ich mach mal hoch. Ah, zack. Runter, meinst du? Nächste Etage. Du meinst runter? Es geht runter. Ja, ja, klar. Also, du ziehst mit mir hier durch wie sowas, ey. Ich bin da gar nicht, ey. Ja, ja. Also wirklich, ey. Wenn ich hier... Da muss man jetzt lang. Da, runter jetzt. Runter jetzt. Raus wieder. Cool. Das verwendet man gleich wieder. Ah, du, ey. Ich hab nichts dazu. Meistens sparen sich das für die hohen Level. Ich haus direkt raus. So. Okay, jetzt muss ich selber mal kurz gucken. Wen hast du was gegeben? Wen hast du was gegeben? Mein Fucano, jetzt ist Level 20. Mein Fucano. Ernsthaft. Jetzt hier lang. Boah, dann hier lang lang. Chill, chill, chill. Chill. Das lag bei mir noch. Vorsichtig. Ja. Ganz vorsichtig hier. Mitte. Hopp. Hä? Hä? Was? Oh, Leute. Was ist denn hier los? So, ja. Jetzt geht's wieder. Wahrscheinlich nicht. Ich war total verpackt jetzt. So. Item. Black Glasses. Black Glasses. Warte mal. Das ist irgendein Item, was du an Pokémon geben kannst. An Item to be held by a Pokémon. Pay the looking. Ach, Dark-Type-Attacken. Also Biss und sowas wird dadurch verstärkt. Okay. Das gebe ich mal gerade schnell. Also Biss-Attacke zum Beispiel wird dadurch verstärkt. Kann ich grad gar nicht benutzen. Komisch. Gebackt. Also das heißt, das ist ein Bombo. In welchem Slot steht das denn? Unter dem Allgemeinen. Maximales Äthergeil. Bleib mal kurz stehen bitte. Bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen. Bleib mal stehen. Nicht nach oben. TM49. So, der Typ da oben. Der hat den Liftöffner. Muss ich kurz mal durchgucken, was wir hier alles gekriegt haben. Ja, ey, moon. Unter GIF musst du das machen, ne? Nicht auf Use, sondern GIF. So, was hab ich denn wenn ich mal hier für ein TM gekriegt? Warum GIF? Äh, weil du ihm gibst zum Tragen. Gibst ihm das zum Tragen. So. Wo ist denn das? Black? Was, was war das? Black ist das ne Sonnenbrille? Genau. GIF? Äh, für Biss und sowas. Also kann ich das mal in Timber geben, oder was? Ja, genau. Der hat Biss und so. Und Snatch, oder so. Oder sollen wir sich das lieber verwahren? Für später. Du kannst es wieder wegnehmen, dem Pokémon. Mit dem anderen geben. Ach so. Guck mal, da sieht man grad den Boss von Team Rocket. Das ist unser Endgegner hier. Gut, dann holen wir uns erstmal hier den Typen, ne? Warte mal kurz, wie kann das denn denn wegnehmen? Ach, da unten drin hat das. Genau, da kannst du es auseinandernehmen. Remove, ja. Genau, remove. Und jetzt hat der oben, hm, jetzt hat der oben so ein Viereck. Da sieht man dann, dass, äh, dass der irgendwas hat. Genau, das heißt, ne Tasche oder was soll das darstellen. Mach jetzt halt Biss-Attacke, also die Unlicht-Attacken. Die werden jetzt stärker. Ja, der hat ja Biss. So, jetzt geht's los. Jo, jetzt erstmal noch den Typen hier fertig machen. Los, Susi. So, ist Mora noch nicht besiegt, das Erste? Ja, bei mir jetzt auch. Auch platt. Die Weite ist ein Blutzuck. Äh, ein Zubat. Blutzuck, Quatsch. Nein, jetzt hat er Superschall eingesetzt. Bäm. Ja. Da kommt man das ins Inventar. Wie heißt das, was man braucht? Mit Schlüssel oder was? Äh, hier liegt das. Lift-Key. Lift-Key. Jo. Jetzt können wir, jetzt können wir den Fahrstuhl bedienen. Super, hat er jetzt. Jo. Oh, jetzt müssen wir wieder ganz zurück. Dort liegt noch ein Item, das kann man uns auch holen. Gut, gegen die müssen wir gar nicht kämpfen, das ist cool. Manche sind auch verwandt hier, dass die nicht mehr zu dir hingelaufen kommen. Okay. EM21, was war das denn? Aber man kann später wieder hier hinkommen, ne? Und dann die nochmal bekämpfen. Ja, natürlich. Bekämpfen. EM21. Frustration. Ja, ja. Nicht gerade die schlechteste Tag auch nicht die beste. Das war hier wieder hoch. Ja, achte. Äh, jetzt müssen wir den gleichen Weg nochmal. Dann müssen wir den unteren nehmen. Und dreh, 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 dreh. Ach, Alter. Nein, doch war richtig, oh Gott. Was denn jetzt wo? Ich hab das jetzt gesehen. Aha, folg mir doch. Folg mir doch. Du bist ein Spasti, ey. Das leckt bei mir immer. Ich hab bei mir auch. Ja, rechts ist richtig. Geh nach rechts. Jetzt einmal rechts noch? Ja. Achta, ja, so war der Weg. Ja, boah, ich muss dir so selbst gucken. Das ist so verpackt, ist das? Das ist so verpackt, ey. Lass das Kreiseldrehen. Ja. Das ist so verpackt. Rechts und das obere Ding. Ja, das obere Ding. Boah, das ist so verpackt, das Kreiseldrehen. Lass uns mit dem Lift fahren. Ja, warte, 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 oh Gott. Ich muss kotzen. Viel zu weit, ey. So, Floor 2. Der hat irgendwie nicht gefunst. Floor 2. Floor 3? Das sieht bei dir irgendwas. Nein, je nach Floor 3. Okay. Da gibt's direkt ein Item. Floor 3. Calcium, das war viel wert. Wenn sie das weggemacht haben, dass das nicht mehr viel wert ist, dann kotze ich. Weil da oben wird der Boss sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, dafür brauchen wir jetzt aber erst noch den Türöffner. Eigentlich müssen wir in Etage 2, so wie ich das... Oder die Etage 1, was war denn das? Mal kurz gucken, Etage 2. Ach, hier ist Etage 2. Ah, gut. Dann müssen wir in Etage 1. Aha. Hier ist auch abgeschlossen. Dann müssen wir da links, du siehst ja die Typen, ne? Ja. Dann werden wir wahrscheinlich gegen die antreten müssen, um den Liftöffner zu kriegen. Äh, den Türöffner. Boah. Da weiß ich nicht mehr ganz genau, wie das war, leider. Ja, wirklich, das geht gar nicht. Aber welche Ebene 2, ne? Äh, ja. Ich bin wieder auf Flo 1. Nein, ich bin auf 2, auf 2. Das geht ja gar nicht. Ah, ehrlich, ja. Gehst du denn hoch, oder was? Ja, treff hoch, genau. So, dann gibt's mal ein Kämpfchen hier. Schon klar, wir müssen jetzt alles wieder zurück, ja. Meine, du. Zum Glück, nicht. Nee, nee, einfach nur die Treppe hoch. Weiß ich nicht genau, welcher Typ Lift, äh, den Türöffner gibt, das weiß ich jetzt gar leider nicht mehr. Müssen wir mal gleich gucken. Welches ist da? Welcher von den EPs uns das gibt. Oh, Slimer, das hab ich jetzt fast down. Wie sieht's bei dir aus? Äh, der ist schon down. Ich hab ihm was mal gemacht. Ach, geil. Aber ich kämpfe, ich trainier hier mein Level 20er. Gar nicht nur hier. Es hat nur Blutattacke, die sich nicht besonders stark und Biss. Na ja, na ja. Sollen wir noch mal einen kurzen Cut machen, dann zeigen, wie wir ihn gefunden haben? Ja. Wenn, also, ja, so. Ich dachte, ich bin jetzt fertig. Hast du denn gekriegt? Ach, ich guck. Du musst ja nebenliegen, ne, oder was? Äh, ja, eigentlich schon. Ne, da liegt nix, ne. Gut, dann würde ich sagen, mach mal mal einen Cut und suchen, den Tür öffnen, Ruhe. Wenn wir mal gefunden haben, dann sagen wir Bescheid, würde ich sagen, oder? Ja, und wo aber. Ja, wo er war. Ja, ja, wo er war. Ja, ja, wo er war. Dann von mir schonmal einen Tschüss, bis zur nächsten Freude. Ciao, ciao. Oha. Haha.